Einen wunderschönen guten Tag, liebe und herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 3 und heute setzen wir uns mal in einen VW Golf R. Ich habe aktuell so ein bisschen kleinen VW Hype, was ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, weil das eigentlich eine Automarke ist, mit der ich noch nicht so viele emotionale Bindungen habe. Es gibt so ein, zwei Sachen, zum Beispiel den VW Golf 4 R32 bin ich sehr gerne im Project Gotham Racing 2 gefahren, aber fernab davon, in der Realität zumindest relativ wenige Erlebnisse, gut, es war mein Fahrschulauto, aber also nicht der R32, auch nicht der Golf R, sondern allgemein ein VW, aber was ich es kann ja noch werden und vielleicht, oh, können wir die Superlab Days mit diesem Auto fahren. Das klingt doch wunderbar. Oh mein Gott, Fujimi Kaido, Full Circuit, okay, sehr geehrte Damen und Herren, das ist einer der krassesten Kurse, den es in Forza Motorsport allgemein gibt. Also Forza generell gut, bei Forza Horizon gibt es ja nicht so krasse Strecken, da sind die Werte, auf die ja ein Auge geworfen wird, ganz andere. Aber Fujimi Kaido, ich weiß nicht auch, ob es richtig betont ist oder nicht. Es tut mir leid, falls hier native japanisch Speaker dabei sind oder wenn Leute allgemein japanisch ganz gut können. Aber 16,42 Kilometer. Ich bin mal gespannt. Wir werden mit Sicherheit auch auf der Nordschleife jetzt unterwegs sein mit diesem Auto, wenn es schon die Superlabs, whatever sind. Und ja, eine Sache wollte ich heute auch mal bestätigt sehen oder eventuell auch falsifiziert sehen, nämlich ob die Allradbetriebenen Fahrzeuge tatsächlich so enorm schnell sind. Denn das haben wir beim Audi A8 gesehen, dass die auf jeden Fall richtig, richtig stark sind. Und jetzt können wir beim Golf R, was auch ein Allradbetriebenes Fahrzeug ist, auch mal gucken, wie der jetzt so abschneidet. Laut ist er. Boah, schön außenrum vorbei. Der ist echt laut. Hoho. Ja, mein Kontrollmonitor ist da unten rechts, anders als am anderen Setup, wo er oben ist. Genießt einfach die Aussicht. Hey. Autsch. Sorry. Ich war mal ein bisschen leiser, ne? So, ich glaube, jetzt ist es die gewohnte Lautstärke zumindest des Fahrzeugs. Immer. Oh, der ist aber für mich selbst auch einfach super, super laut. Äh, ja. Auch eine sehr beliebte Driftstrecke, by the way. Und vor kurzem sind wir ja im Rahmen eines Gran Turismo Events auch einige Bergstraßen in Nizza, Monaco und Umgebung gefahren. Also primär Umgebung von Monaco und nicht Monaco selbst. Und das war ein super interessantes Erlebnis. Und das sind echt schön zu fahrene Straßen. Und wir sehen gerade in den Haarnadelkurven haben wir auf jeden Fall einen riesen Vorsprung rausfahren können. Das ist ordentlich. Ja, die Haarnadelkurven, die waren für uns sehr gut. Ah, hier sehen wir die Antriebe leider nicht mehr. Der S4 dürfte hackbetrieben sein, oder? Anyway, jetzt wird ordentlicher Dampf gegeben. Mal gucken. Vollgaspassage. 3,4 Sekunden der Abstand. Ja, es ist ein bisschen schade, dass so Straßen oder Strecken nicht mehr in Forza Motorsport 5, 6, 7 in der Form existiert haben. Also just Fujiwikaido oder Kaido war, glaube ich, so eine Strecke, die es so in der Form halt jetzt nicht mehr gibt. Oder die es halt danach nicht mehr gegeben hat. Vielleicht in Forza Motorsport 8, wer weiß. Was ja nur noch Forza Motorsport heißen wird. Aber es ist auf jeden Fall... Ja, Tunnel-Test bestanden. Ähm, es ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr schöne Strecke. Von dem gesamten Arts-Seil her und so. Und auch ein ganz wilder Streckenverlauf. Und ich kann mir auch vorstellen... Ich meine, die Xbox hat es in Japan zum Beispiel immer schwer gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, ob die Series-Konsolen so groß auch da vertrieben werden. Aber vielleicht hat diese Strecke just für ein paar japanische Spieler mindestens mal ein Kaufargument gegeben für eine Xbox 360. Könnte ich mir vorstellen. Wobei dann natürlich die Frage ist, lohnt sich das für die paar Leute, die sich das dann extra noch holen werden? Aber es sind ja nicht nur die paar Leute, die davon profitieren, sondern... Im Prinzip hat ja dann jeder so eine Strecke. Und das für jeden Argument. 5,8 Sekunden nach hinten. Wahnsinn. Das ist crazy. So. Hier schön jetzt... Voll durch diesen Linksknick auch nochmal. Und jetzt haben wir eine relativ weite H-Nadel. Oder 180-Grad-Kurve. Ist aber ein schickes Auto, der Golf R, ne? Eine Sache, an die man sich vielleicht gewöhnen muss, ist, dass die Auspuffendrohre da so dicht beisammen sind, aber nicht komplett zusammengewachsen sind. Ich mag es ja häufig zumindest eher, wenn die ein bisschen außen so positioniert sind. Aber es gibt auch Autos, da passt es einfach sehr gut, wenn sie dann schön mittig sind. Ich denke gerade zum Beispiel an den 4,5,8 Italia, wo man ja drei Auspuffendrohre in der Mitte des Fahrzeugs... ...des Fahrzeugs... ...des Hex platziert hat. Was ich auch sehr schön finde. Ah, man sollte vielleicht nicht geizen, ein bisschen Touareg zu fahren mit dem. Oh, ich habe den Schaden aus. Okay, das erklärt, warum ich jetzt gerade keinen Schaden bekommen habe. Weil bis jetzt hätte ich gedacht, okay, vielleicht habe ich dadurch, dass das Auto eher an der Leitplanke entlang gestriffen ist, keinen Schaden gehabt. Aber das hätte definitiv Schaden bedeuten müssen. Oh, jetzt kommen auf jeden Fall viele, viele Kurven. Die Strecke ohne Ideallinie wäre auch wild. Das ist auch geil, wie oft das Auto aufsetzt. Ei, 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 ei. Ja, was ja zumindest in Forza 6 und 7 spielbar war, ich weiß nicht, wie es mit dem 5er aussieht, den habe ich viel zu selten gezockt, war ja so eine Alpenstrecke. Oder war die schon im 4er drin? Boah, da bin ich jetzt überfragt. Ich glaube erst im 6. und 7. Spiel. Die Alpenstrecke ist auf jeden Fall auch cool, die hat auf jeden Fall auch eine schöne Aussicht. Kann auch gerne drinbleiben für den nächsten Teil. Aber Fujimi Kaido definitiv auch rein. Auf so Bergstraßen ist mir tatsächlich auch zum ersten Mal schlecht geworden beim Autofahren. respektive als Beifahrer. Was ich auch technisch gesehen unter Autofahren zählen würde, weil ich bin ja mitgefahren quasi. Mit dem Auto dabei gewesen. Und die Nacht davor war nicht allzu lang. Wir hatten am Abend davor, das war halt just auch wieder Thema Gran Turismo Event. Wir hatten ein Menü mit sehr vielen Gängen. Mit sehr vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wo man sagen kann, hey, das sind teilweise sehr intensive Geschmäcker gewesen, die man so nicht kennt. Zum Beispiel so Foie Gras. Gänsestopfleber heißt es, glaube ich. Habe ich noch nie gegessen, glaube ich, vorher. Aber auch andere Geschmäcker, wo man halt merkt, okay, das ist sehr intensiv. Ob es für einen ist oder nicht, weiß man nicht. Ich glaube, die Leute, die irgendwie so geschmacklich einfach sagen, anything goes. So, hey, ich will einfach nur irgendwie interessante Geschmäcker haben. Für die ist so ein vielgängiges Menü sehr, sehr gut gemacht. Für mich war das vielleicht ein bisschen too much. Und vor allem am nächsten Tag. Dass das dann auch nochmal auf den Berg hochging. Und ich primär als Beifahrer dann dabei war. Letztendlich bin ich eh ein sehr, sehr schlechter Beifahrer. Also, selbstfahren war dann kein Problem, als es den Berg runterging. Aber Beifahrer bin ich echt nicht gut. Das hat mich so ein bisschen trotzdem überrascht, weil ich war ja auch mal bei einem WRC-Event in einem WRC-Auto. Und bin da mitgefahren mit Craig Breen und da wurden wir zum Beispiel nicht schlecht. Aber hier auf so Straßen war es dann doch ein bisschen zu viel. So, 9 Minuten, 14,6. Das ist eine adäquate Länge. That's what she said. Und damit haben wir das erste Mal Fujimi Kaido absolviert. Ich glaube, ich nenne sie Fujimi Kaido. Also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig ausgesprochen ist, ist höher. So, und jetzt könnte Nordschleife noch kommen. Oder, was könnte denn noch kommen bei den Superlabs? Le Mans? Nee. Rallye Depositano. Okay. Weniger Bergstraßen. Mehr... Ja gut, es geht natürlich trotzdem ein bisschen drunter und drüber, aber mehr so Vorortstraßen. Was halt auch immer sehr schön ist. Also, es gibt hier sehr, sehr schicke Aussichten immer. Und ich finde es auch innerhalb dieser Städte immer sehr, sehr cool. Ich habe letztens ein Video von... Boah, wie hieß der YouTuber? War das Tomatolix oder irgendein anderer Dude? Der hatte irgendwie mal so ein paar Tage oder so... Oh Gott, ich kriege es nicht mehr zusammen. Sorry. Der hat auf jeden Fall eine Zeit lang in einer der gefährlichsten Städte verbracht. Nein, weder Frankfurt noch Offenbach. Und hat dort... Auch ein Video zugemacht. Ich glaube, da passiert irgendwie neun Morde pro Tag oder so. Ich glaube, das war irgendwie sowas. Neun Morde pro Tag, beziehungsweise über 3000 im Jahr. Was ich enorm krass finde. Also... Das ist auf jeden Fall ein... Wenig... Erstrebenswerter Stat, den man so haben kann. Hier sind wir ja schon ein bisschen mit einem Lotus und mit dem M3 GTR entlang gefahren. Das waren diese Events mit den drei Läufen. Mit Viertel, Halb und Final Läufen. Ja, und... Das war halt auch so eine Stadt, wo ich dann drauf geguckt habe und mir dachte... Bei den Drohnenshots... Boah. Also wenn niemand dir sagen würde, dass diese Stadt so problematisch ist, dass sie so riesen Probleme haben... Dann würdest du wahrscheinlich vom rein äußerlichen, vom optischen her sagen... Ey, das ist eine absolute Idylle, die dir da widerfährt. Und das ist halt... Ja, immer schade natürlich, wenn irgendwie... Zwischenmenschlich irgendwie so Probleme bestehen. Was jetzt sehr mildernd klingt. Oder sehr mild klingt. Aber... Gerade bei so einem Ort denkt man sich... Boah, es könnte einfach... Bei sowas denkt man sich dann immer... Ey, der Ort allein, der dürfte doch schon so viel Ruhe einem bringen. Und so viel Positives einem bringen, dass... Das man doch gar nicht so auf doofe Gedanken kommt. Auch wenn das jetzt natürlich super irrational ist. Also... Nagelt mich auf jeden Fall nicht darauf fest. Ich weiß, dass... Du kannst hunderte Probleme haben. Der Wohnort ist da noch das geringste Problem. Unabhängig davon, was sich halt an Problemen ergibt, die... Die vor Ort entstehen durch sowas wie Banden und so weiter und so fort. Das ist ja klar. Aber... Ja, letztendlich... Crazy. Aber... Im Spiel kann nichts Böses passieren. Hier sind wir in einer Idylle. Die definitiv hält, was sie verspricht. Und jetzt geht es hier tatsächlich auch auf Bergstraßen. Und es geht bergauf. Ich hoffe, dass mir jetzt nicht ein bisschen schlecht wird. Ja, was ich auf jeden Fall auch cool finde, ist, dass so Touren auch angeboten werden bei verschiedenen Fahrzeugherstellern. Wo man dann auch irgendwie verschiedenste Orte besuchen kann. Und was auch richtig, richtig schön einfach ist. Wo ich auch gedenke, sobald ich mal irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Renner aus Maranello oder so habe. Dann wird definitiv mal so ein Ort besucht, so ein Tour besucht. Und vielleicht wird man da jede Tour einfach mit. Weil schön ist es auf jeden Fall. Und warum nicht? 6,7 Sekunden. Ich schätze mal, der Audi ist wieder vorbei. Ja. Der Audi S4. Krass. Der Audi S4 ist mit 10 Leistungspunkten weniger. Äh, spürbar schneller als der Mercedes C32 AMG. Enorm. Bei AMG finde ich ja eine Sache lustig. Früher hattest du 32 AMG und 63 AMG. 55 hattest du auch. 55 wurde, glaube ich, irgendwann einfach ein bisschen primär durch die 63er Modelle ersetzt, so. Und mittlerweile hast du ja eher 53 und 43 AMG. Dass da die obere Zahl ein bisschen runtergekommen ist und die untere Zahl ein bisschen hochgeschossen ist, ist halt auch spannend. Ich weiß, 63 AMG gibt es auch, aber... Tendenziell haben sich die Zahlen in Summe dann doch sehr aneinander genähert. Weil selbst wenn man sagt, ja, 63 ist ja weiterhin existent. 55 ist ja so gesehen zu 53 runter und 32 ist zu 43 hoch. Weil die Wertigkeiten sind wahrscheinlich jetzt auch ganz andere, klar. Am Ende des Tages hast du ja ganz andere Fahrzeuge, Fahrzeugpaletten, Fahrzeugmodelle. Und ich weiß auch, dass es vorher bei AMG natürlich auch 65er AMG gab. Es gab sogar 73er SL AMG. Was ich sehr, sehr crazy finde. Und was ich mir allein wegen meines... Kanalnamens und Looks eigentlich mal holen müsste. Aber ich muss eh sagen, während ich halt früher sehr viele Fahrzeugmodelle, teilweise auch anhand der Auspüffe oder so, die Motorisierung erkennen konnte. Und eigentlich die ganze Palettekante von verschiedenen Herstellern bin ich heute relativ schnell raus. Es sei denn, ich beschäftige mich halt auch wieder aktiv mit dem Hersteller. Ich habe ja in den letzten Folgen ein bisschen mal über Porsche, ein bisschen über Ferrari, ein bisschen über... Boah, welche Hersteller noch gequatscht? Keine Ahnung. Das waren so die zwei primären Hersteller, mit denen ich mich beschäftigt habe. Mit Audi habe ich mich auch beschäftigt bezüglich des R8. Und da bist du halt ganz schnell wieder drin. Aber wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, was hat Mercedes in seiner Palette, was hat teilweise BMW in der Palette... Da bin ich halt ganz schnell wieder raus und da muss ich mich erstmal überhaupt wieder einlesen, ehe man da wirklich drin ist. Aber ich denke, dass man auch da wieder reinkommen kann und dann auch einfach diese Feinheiten erkennt. Bei Audi mit dem R8 finde ich es zum Beispiel interessant, da gibt es halt so viele verschiedene Motorisierungen. Also du hast 540, 570 PS Motoren, allesamt V10er übrigens. Also es sind keine V8er mehr, falls jemand sagt, ja das könnte auch die V8 Variante sein. Es gibt von den letzten paar Jahren welche mit 540, 570 PS. Das 570er sind glaube ich die heckbetriebenen Autos, die aktuellen. Du hast welche mit 610 PS, 620 PS. Aber das ist halt so ein absolutes Kuddelmodel, das geht so drunter und drüber bei denen. Oh, das ist schon die Zielflagge, nach weniger als sieben Minuten. Das ist auf jeden Fall schon irgendwie ganz lustig. Oh, nicht gucken was für Autos ist. Ich will mich überraschen lassen, nicht schauen was für Autos ist. Dadurch, dass ich ein Golf R gekauft habe, laufen wir auch nicht Gefahr, dass wir ein Auto kriegen, was wir schon haben. Weil tendenziell sind wir schon bei Leistungspunkten jetzt bei den Preisautos, wo der Golf R drastisch drunter ist. Oh, der TVR Sageris. TVR ist auch so eine Automarke, die vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Pech hatte vielleicht. Ich habe ja schon hin und wieder so ein bisschen über dieses Thema mit Hypercars gesprochen. Ich kann mir vorstellen, wenn TVR so 10, 20 Jahre später wirklich versucht hätte, so an den Markt zu kommen, dann hätten sie vielleicht ein bisschen das schaffen können, was so ein Pagani aktuell auch schafft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über die TVR-Firmengeschichte und ob die überhaupt noch aktuell bestehen. Aber für mein Empfinden ist es dann halt schon immer so, dass sie recht exklusive Sportwagen immer gemacht haben. Nie so in dieses krasse obere Preissegment gegangen sind, sondern dass es immer noch so ein bisschen tendenziell im Rahmen der Sportwagen Budgetautos waren. Aber ich fand es dann halt auch immer spannend, TVR so ein bisschen zu beobachten von außen. Ich glaube aber, wie gesagt, im Zweifel hätten sie durchaus mit aktuellen Trends auch vielleicht hier und da mehr Gewinne einfahren können. Wie gesagt, ich glaube zum Beispiel so ein Pagani, da habe ich schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Wobei ich sagen muss, ich finde, ich führe es den ersten Punkt zu Ende. Die bepreisen die Autos ja teilweise extrem krass. Also du hast teilweise so teure Preise. Der Sound vom Auto ist leider ein bisschen kaputt. Und das hört man, dass so zwischendurch so ein Knistern leicht hin und wieder mal kommt. Oder so ein Knirseln, wie auch immer man es nennen mag. Einer hat nicht geliftet. Der andere fährt Audi S4. Jetzt bin ich mal gespannt. Keiner alles auf, äh... Ne, nicht alles auf Gold Run, sondern Dave vs. Nordschleife Run. Schaffen wir die Zeit vom 9.19 Evo? Ne, aber ich könnte mir doch durchaus vorstellen, dass vielleicht so TVR einfach hätte jetzt sagen können, so... Boah, das ist jetzt unser Sabaro Speed 12. Der hat 1048 PS oder so. Natürlich ist es ein bisschen dann eine Weiterentwicklung von dem Speed 12, der damals kam, ja. Äh, zahlt mal bitte zweieinhalb Millionen. Das ist ein Hypercar und so. Vielleicht hätte es geklappt. Boah, die Curbs sind unglaublich flach. Das zählt ja jetzt schon als Off-Track. Interessant. Ich kann mir aber auch vorstellen, so ein Golf R ist halt auch ein richtig geiles Track-Tool, ne. Also, ich habe tatsächlich auch überlegt, wir haben jetzt schon mal ein, zwei Mal drüber gequatscht bezüglich eigenem Fahrzeug, was ich mir kaufen wollte. Äh, ich habe auch überlegt, was so eine Möglichkeit wäre für ein Einsteigerauto. Oder falls man sich so einen schönen Exoten holt, ob man dann nicht eventuell noch ein kleines Auto so als quasi Daily-Auto nehmen könnte, während das andere halt primär für so Touren verwendet wird. Und da habe ich tatsächlich auch mal zum Beispiel an so einen Golf R32 gedacht, so einen Golf 4 R32. Was natürlich kostentechnisch wieder ein bisschen was ist, aber wo ich dann auch sagen kann, hey, das ist ein Auto, das ist sehr wertstabil. Das wird definitiv irgendwo seinen Preis halten, behaupte ich jetzt mal. Das Problem halt ist, wie immer, du hast eine etwas geringere Auswahl als jemand, der das betrieblich nutzen möchte. Weil du halt die ausweisbare Mehrwertsteuer brauchst, weil sonst, uiih, kaufst du ein Auto, zahlst keine Mehrwertsteuer, kannst die auch nicht wieder zurückbekommen. Aber beim Verkauf musst du ja selbst die Mehrwertsteuer ausweisen. Als Beispiel gerechnet, wenn ich mir jetzt ein Auto kaufe für 119.000 Euro, dann kann ich 19.000 Euro Mehrwertsteuer zurückbekommen. Das heißt, ich habe es für 100.000 gekauft. Verkaufe ich es jetzt am Tag danach für 101.000 Euro netto, also für etwas mehr als 120.000 brutto, habe ich 1.000 Euro Gewinn gemacht. Wenn ich jetzt aber ein Auto kaufe, was mich brutto 119.000 kostet, obwohl keine Mehrwertsteuer ausweisbar ist, also auch netto 119.000, da zahle ich 119.000. Verkaufe ich das Auto am nächsten Tag für 120.000, kriege ich trotzdem nur etwa 101.000 Euro. So, und dadurch hast du halt direkt auf Anhieb, sobald du ein Auto kaufst, 20.000 Euro Verlust, in dem Rechenbeispiel jetzt, wenn die Mehrwertsteuer einfach nicht ausweisbar ist. Ist halt schwierig, bei dem Golf R32, boah, sagen wir mal, da geht es jetzt eher in Richtung vielleicht 5.000, 10.000, die du darüber verlierst. Aber du verlierst halt Kohle. Schön, wie er im dritten nochmal nicht an Zug verloren hat, wie es trotzdem nochmal voran ging. Ja, das Auto gefällt mir sehr, sehr gut. Also, schönes Track-Tool. Ich sollt... Ich sollt nur nicht nach hinten schauen, weil dann ist die Audio vielleicht ein bisschen broken. Ja, hier geht es ja auch steil bergauf. Deswegen hier auch immer versuchen, ein bisschen tourig zu fahren, wenn ihr am Ende irgendwie im vierten Gang seid, nah am Drehzahlbegrenzer seid und theoretisch noch in den fünften schalten könntet, weil euch euer Gefühl das sagt. Dann lasst es im Zweifel vielleicht bleiben, aber wir können hier, glaube ich, nochmal hoch. Weil wir waren sehr früh schon im Drehzahlbegrenzer. Aber man sieht, es geht auch nicht so viel weiter hoch. 7,8 kmh. Wer ein bisschen mehr Nordschleife sehen will, kann gerne auf dem Hauptkanal mal... ...die McLaren MP44-Challenge sich anschauen, wo ich mit dem auf der Nordschleife gefahren bin. Ich sag mal so... Wir haben jetzt ungefähr schon die Zeit überstiegen, die der 1988er Formel 1 Weltmeisterwagen für diese Strecke gebraucht hat, für den Gesamtkurs. Aber wir hatten auch einen stehenden Start. Das ist ein bisschen unfair jetzt für den Golf R. Ansonsten wäre der safe drunter. Boah, hier fühlt er sich ein bisschen sehr, sehr komisch und schwammig an. Wobei die Frage halt ist, das ist nicht das Handling allgemein. Das war gerade ein bisschen ganz, ganz komisch in der Karussellkurve. Weil ich hatte irgendwie ein sehr indirektes Gefühl. Was die Nordschleifen-Umsetzung angeht, muss ich übrigens sagen. Ich meine, klar, jedes Spiel hat so seine eigene. Ich habe am meisten Spaß aktuell mit der Gran Turismo 4 Version der Strecke und finde die sehr schön. Weil du diese ganzen Kreidebemalungen und so in wirklich, wirklich sehr, sehr bunter Form hast. Also, wie gesagt, vielleicht hat sich das über die Jahre verändert. Aber bei Gran Turismo 4 habe ich am ehesten noch das Gefühl, dass das quasi so ein, nicht nur eine Rennstrecke ist, sondern auch einfach eine Touristenattraktion. Bei Forza ist es auch noch recht üppig, was die ganze Bemalung angeht. Aber bei vielen anderen Spielen ist mir das viel zu trist. Und die, ich sag mal, in Anführungszeichen schönste, weil lustigste, cuteste Umsetzung, die finde ich, ist tatsächlich in Gran Turismo 4, sagt natürlich nichts darüber aus, wie gut die Strecke vom Laserscan und so weiter und so fort her ist. Wo ich ja eh immer sagen muss, ich weiß nicht, ob ich da so viel drauf geben würde, wie gut eine Strecke Laserscan halt ist. Weil im Zweifel weiß ich nicht. Wir sind jetzt übrigens bei über 8 Minuten gleich. Als Auto wird es mit einem fliegenden Start, würde ich behaupten. Also wenn wir wirklich die Döttinger Höhe mit einer ganz normalen Standardgeschwindigkeit entlang gefahren werden. Das ist halt jetzt der Touristenstart gewesen. Wir könnten hier locker, glaube ich, nochmal 5 Sekunden oder so schneller sein. Vielleicht sogar noch mehr. Ah, viel mehr, glaube ich. Aber das Fahrzeug könnte auf jeden Fall in Richtung unter 9 jetzt schon kommen. Frage ist natürlich, wie es bitte 10 Sekündchen da noch ausschaut. Vielleicht bitte 10 Sekunden unter 9 Minuten. Das ist halt krass, wenn man bedenkt, wo man heutzutage halt ist, ne? So ein Porsche GT3 RS, der einfach unter 7 Minuten, deutlich unter 7 Minuten fährt. Dann noch der AMG One, der da auch nochmal drastisch drunter gekommen ist, so 6 Minuten 35 oder so hatte. Die Zeiten auf der Nordschleife purzeln halt auch echt unfassbar, unfassbar, unfassbar krass. So, 35.000 Bonus-Credits. Das gefällt mir sehr gut. Es ist soweit das letzte Rennen einer anstrengenden Saison. Und das in Le Mans. Reimt sich auf Saison. Vielleicht sollten wir uns ein Fahrzeug anschauen. Ich habe jetzt kurz mal in Richtung TVS Sagaris nochmal geschielt. Aber vielleicht sollten wir uns ein Auto rauspicken, das einen sehr hohen Top-Speed-Wert hat in der A-Klasse. Das können wir vielleicht auch in der nächsten Folge machen, oder? Wollen wir diese Folge so abschließen? Ja, machen wir. In der nächsten Folge geht es dann nach Le Mans. Ich hoffe, ihr hattet viel, viel Spaß, werte Damen und Herren. Wenn dem so ist, lasst doch kein Däumchen nach oben da. Gerne Abonnement raushauen. Eure Meinung zum VW Golf R in die Kommentare. Und er ist doch schön. Er ist doch echt schick. Aber wir sehen uns demnächst wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal.